2006, die Regularity läuft. 20.12, das sind die Momente, die Top 3. 20.12, das Haus Kapitel haben abgehängt. Vom Teilnehmern ein Kennzeichen zu verlosen. Tirol in Aal 1 wurde von unserem Rechtsgericht auf die Bühne geführt. Tor, Tor, Tor. 1 Sekunde sollte durch Licht schrecken. 4 Zentel nur daneben. Wunderbare Runde, wo sie gehen, aber 4 Zentel Rückstand ist 4 Sekunden, aber 1 Sekunde zu langsamer, um das 6 Sekunden zu bekommen. Wir rollen ihn durch und den Ballebo und den Gas, es gibt eine Bespätung von fast 3 Sekunden, man war irgendwie völlig... Hermann Schlaas sitzt auch mit dem Keeper. Wie geht es, aber er kommt sonst zu seiner... ...und dann sieht man an den ganzen Tag. Da sind die Kosten daneben. Start Nummer 6, der Volvo PV544 Sport... ...geht schön quer. Unser Rallyeweltenbummler, der unter anderem die East African Safari Rally... ...und dann sieht man aus der Etwas Sonnenschweben. Um exakt zu sagen, es geht auch nicht von 70 Grad. Schluss. Von der Startnummer 12 der NSU-Prinz TT mit Herbert Schwaner und mit Nummer 54... ... ... ... ... ... ... Und jetzt hat noch keiner seinen Run geschafft. 20 Punkte auf Kairon, die Nikola mit einer unglaublichen Präzision. Die Beine Autonomie. Nach einem 20.000 kmh mit dem BMW 3 auf Erkund unterwegs. Und die härtesten der Harteier. Familie Schatteiner mit dem MGA Le Mans Baujahr 1961 im offenen MG bei minus 12 Grad. Neben der Idealzeit, das ist souverän Platz 1. Mit Nummer 19. Rüdiger Bönneken mit dem MG BGT Baujahr 69. 14 Sekunden, zu langsam. Danke. 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 Danke.